moin moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von portal 2 koop multi chamber koop spielen wir genau wir spielen heute multi chamber koop und gucken mal was uns hier erwartet also der name sagt schon das sind mehrere kammern und ich da oben ist schon mal ein würfel was ist das das normale hier hinten geht es dann weiter ok da kommen wir nur mit dem blauen band weiter bringt dir der laser was nein da kann ich nichts machen als hinter dem emanzipationslaser ist das ist hier ich habe einen würfel ja aber die kriegst du da nicht raus sicher ja da war ich schon oben ich habe mir das mal angeguckt ach so ich kann nicht mal versuchen da rauszuholen aber das wird nicht funktionieren weil ich habe hier keine weiße wand wo ich das dran schmeißen kann das band damit du durchkommst na gut so dann hat es ja wohl erstmal mit diesem raum hier zu tun da war ich auch schon drin komm halt nicht hier oben auf den knopf drauf da kann ich das nicht dahin legen wenn ich jetzt hier rüber gehen ne und sage okay hier brauche ich ein ne warte quatsch falsch hier brauche ich eins da brauche ich eins gehe da durch komm da kannst du damit ja halt nichts anfangen ne ne nein gar nichts ok 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 warte mal auf diese seite kommst du ja noch nicht rüber ne hier nein weil der emanzipationslaser geht erst aus wenn hier der laser ja ja dann käme man rüber das heißt es muss was hier hinten sein oh nein setz dir mal da hin jetzt muss ich springen ok 321 los oh ich bin schon oben noch eins höher 321 los naja egal ich komme nochmal drauf hätte ich auch direkt nach oben sitzen können was gibt es da oben feines ach da kommst du darüber drüber aha warte mal kann ich das das kann noch höher setzen ah da hast du da eine weiße wand ok grundsätzlich bringt uns die weiße wand nicht viel da müssen wir ein cube draufsetzen definitiv ja damit wir den laser da an die wand dann dahin zu dem würfel machen können ja irgendwie so damit wir da dran kommen ok 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 wir können ja auch nicht den laser da reinlegen ne nach da oben wo der würfel ist ne haben wir irgendeine weiße fläche wo der laser drangeht doch können wir machen können wir machen ne warte mal können wir gar nicht machen scheiße warte mal warte mal warte mal was denn ähm ich könnte eigentlich mit dem laserband weiter hier ist aber dieses gitter das heißt da komm ich nicht durch noch lass mich auch ich weiß wie denn Komm mit. Stell dich auf den Knopf. Ach so. Wirf da dran. Jawohl. Natürlich. So, jetzt gibst du mir den Laser. Auch darüber, du brauchst ja den Dings nicht mehr, ne? Ja, genau. Aua. Du musst dir ein bisschen weiter runter setzen, der Laser. Kann ich nicht weiter runter. Nee, doch. So. Da machst du ein Portal dahin, wo der Laser gerade ist. Und ein Portal hinter dich. Ach so, da kannst du nicht. Ah. Hier kommst du hier oben dran. Nein. Schade. Warte mal. Hm. Wir hätten da deine Portale hinlegen müssen, oder? Nee, Quatsch. Macht auch keinen Sinn. Doch, macht wohl Sinn. Was? Wenn du das mit deinen Portalen da versuchst. Dann könntest du, dann kann ich dir den Strahl darüber geben, dann schnappst du dir den Cube und kannst wieder zurück. Nee. Stimmt. Nee, geht gar nicht. Geht gar nicht. Warte mal, wir versuchen mal was anderes. Wir starten mal von neu. Mhm. Warte mal. Warte mal. Ähm. Was? Ich glaube, das ist ein Bug. Ich bin gerade hier durchgelaufen. Und mein, äh, dunkles, äh, Portal wurde nicht deaktiviert. Nur als ich dann wieder zurückgegangen bin. Ja, jetzt natürlich nicht mehr. Okay. Na gut. Portale? Alter, ich bin voll auf dich draufgefallen. So, dann geh ich mal hier drauf. Warte mal. Macht ja auch keinen Sinn. Ich komme ja nicht hier durch. Nee. Du musst durchgehen. Dann setz dir mal ein Portal. Warte. Lass das Ding mal da stehen. Setz dir ein Portal hier unter mir an die Wand und dahin, damit du durchkommst. Unter dir an die Wand kann ich keinen setzen. Wie? Hier ist doch, hier ist doch irgendwo ein Portal-Ding, oder nicht? Ja, aber, Emanzipationslaser. Oh ja, stimmt. Der ist ja noch nicht deaktiviert. Ähm, stell mal den Würfel genau dahin, wo er sein würde, wenn du auf den Laser zielst. Also, auf dem Band, auf dem Band, so Richtung Laser. Dass das funktioniert schon mal. Hm. Ungefähr. So. Jetzt lass den da stehen. Ähm. Scheiße. Jetzt muss ich gerade überlegen. Die kriegen wir nicht. Warte mal, gib mir mal den Laser. Gib mir mal den Laser. Ja, gut. Warte. So. Du kannst ja jetzt. Oh, nee, ne? Oh, das war so dumm. Das war echt dumm. Und jetzt kann ich zu dir auch raus. Ja. Das war echt dumm wieder, ne? Oh, hier ist wieder ein Laser. Ja, ja. Ähm. Ich weiß, warte. Dein Gelber war doch noch aktiv. Der war doch richtig. Nee, warte, warte, warte. Kannst du auch von hier hinten aktivieren. Komm. Komm mal rüber. Ohne den Würfel. Lass uns mal wieder hochgehen. Dann nimmst du dein dunkelblaues Portal. An die Wand. An die Wand. An die hier, unter dir. Mein helles da oben dran. Äh, wo der Laser ist. Das ist doch hier. Das ist doch gut. Alles gut. Wir brauchen ja jetzt den Laser hier drüben. Jetzt gibst du mir den Laser rüber. Warum? Wir haben doch hier noch eine Wand, wo der Laser dran muss. Warum machen wir die denn nicht erstmal? Ach so. Kann ich ja. Warte mal. Ah, dann geht eine Treppe nach hier oben. Dann bleibt das aktiv. Die eine weiße Wand, aber brauchen wir die überhaupt? Nee, jetzt gerade nicht. Ja, dann komme ich wieder zu dir. Also. Nee, du musst mir den Laser hier rüber geben. Ja, ja. Habe ich auch gerade gemerkt. Ein bisschen runtersetzen, bitte. Geht nicht weiter runter. Ja, du musst halt jetzt. Genau. Nein. Was ist jetzt passiert? Ich bin unten. Nee, nee, nee. Nee, aber was ist jetzt passiert durch das Ding? Hier draußen. Ach, auf der anderen Seite ist der Emanzipationsleser ausgegangen. Okay. Was bringt uns das jetzt für einen Vorteil? Keine Ahnung. Gar keinen. Ja, irgendwas muss es bringen, oder nicht? Irgendwie müssen wir jetzt den Würfel da rüberkriegen. Ach so, das ist dafür da, um den Würfel da oben rauszuholen? Ja? Wie? Warte mal. Oh Gott. Ist ja ganz simpel. Wir müssen noch mal rüber. Und den Würfel so stehen lassen erst mal. Ja. Ja. Schick uns mal rüber. Mach oben dran, genau. Ja, jetzt ist der Laser aus. So, egal. Machen wir gleich wieder an. Es geht jetzt nur darum, erst mal, jetzt setz dein rotes, warte jetzt noch nicht, lass mich erst mal wieder da an dir vorbei, und komm du auch mal hier hin, setz dein rotes da dran. You know? Und jetzt kann ich den hier oben rausholen. Stimmt. Aber kommst du da nicht durch. Ach. Hä? Hab ich daneben gesetzt, ja, ne? Ja. Kommt da nicht durch. M-m. Emanzipationslaser. Was? Das ist ein Knopf. Ha, ha, ha. Gut, ne? Hab ich nämlich gesehen. Vorhin. So, dann werf den Würfel mal auf den Knopf, äh, auf das Laserband hier oben. Ich glaube, wir machen das gerade auf einem Alternativen. Wir brauchen gerade den Laser hier drüben. Dann kannst du nämlich hier draußen den Laser da aktivieren, weißt du? Ah, jetzt ist er leicht daneben, warte. So. Jetzt nimmst du den Würfel und schiebst den hier hin. Oh, jetzt kommst du wieder nicht oben drauf, ne? Na doch. Ja, jetzt kannst du ihn hier unten drauf stellen. Hol den Würfel. Hol den Würfel. So. Hast du ihn? Ja. Bist du durch? Ja. Fertig. Ha, war doch eigentlich ganz einfach. Hehehe. Mmh. So, ich finde die Map eigentlich war ganz schnieke. Multichamber-Koop von Wolverine. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da. Oder lasst ein Abo da. Dann könnt ihr noch mehr davon sehen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö, mit dir. Tschö. Tschö.